Frage 2 Oh Kann man wohl sagen Ja genau, ich imposiere den Fuß mal einfach so, ganz nett Das wird Hallo, bin ich ein Ja, das gibt mir wohl medizinisches Wissen Frage 3 Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Wurt Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums Was tun sie? Ihnen das Zeug rausprügeln Nein, ich bin bestimmt keine Pätze Frage 4 Glückwunsch Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft Wir haben Baseballteams Ihre Position bevorzugen Sie Ja Frage 5 Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein Reicht Ihnen dann aber eine Pistole Und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten Was zur Hölle Was tun Sie? Das soll mein Beruf ermitteln, alles klar Ist das hierherd? Oh Gott Naja, aber ihr könnt die schon brauchen, die Minigun Ja, das wird wahrscheinlich mein Karma da erhöhen Das verstehe ich aber Meines Schießsachen Oder das da Und was das bewegt, keine Ahnung Dann nehmen wir das Frage 6 Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen Und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen Gehen Sie vor Ja, genau, das mache ich Ja, das wird mein Schloss knacken Wir hören, das ist gut Das brauche ich Amputieren Mit einer Kugel in den Kopf Na bitte Mit großen Dosen des Antimutrogen-Wirkstoffs Betend Vielleicht verschont Gott sie im Austausch gegen ein Leben voller frommer Hingabe Frommer Hingabe, nicht frommer Ja Frage 8 Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Krognack der Barbar-Comic-Bands Erste Ausgabe Sie wollen ihn unbedingt haben Wie bringen sie es am besten in ihren Besitz Durch Tauschhandel Äh, boah Ja Handel muss auch noch verbessert werden Es wäre lustig, ihrem Vater einen Streich zu spielen Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und Wahrscheinlich wohne ich noch bei meinem Vater, aber gut Schließlich bin ich ja bloß 16 Obwohl ich weiß nicht, wie das dann in der Vault ist Lösen Sie die Schrauben an einige Rohren Das wäre verrückt Äh Nein, auf keinen Fall Ja, das ist gut Frage 10 Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres... Jonas Ja, welches nehme ich denn? Stifte niederlegen, allesamt Das war's, der berüchtigte GOAT Hätte ruhig irgendwas sein können, waren coole Fragen Das ist für viele von ihnen kein Thema war Die anderen Nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung Da will ich hin Hätte sie nicht, ihre Tests einzureichen, bevor sie gehen Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage Was ist an diesem Test so schlimm? Geh mir aus den Augen Schnauze Muss ich diesen Beruf dann eigentlich auch ausüben, den ich jetzt hier habe? Tja, tja Ja, das war ja klar Also Butch Ah, Butch Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Erlauben Sie mir, diesen Moment auszukosten Na gut, dann wollen wir mal sehen Hm Wirklich? Was denn? Interessant Sie haben mich überrascht, Butch Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur Müll Das stimmt überhaupt nicht Alles fertig? Ich bin fertig, Mr. Brudge Glaube ich jedenfalls Oh, Moment bitte Kann ich es nochmal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern Beruhigen Sie sich, Paul Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben Los, Paul Schauen wir mal Hm Aha Wie ich mir gedacht habe Techniker Glückwunsch, Mr. Hennen Sie haben den GOAT bestanden Oh Mann Das ist echt nicht schlecht Techniker, erst rein Schlangenleben für immer Ja, Sander, du hackst ihn in den Kopf ab Ich bin mir gefragt, ob ich nun Wissenschaft oder Ökotropologie studiere Wissenschaft? Nun Vielleicht Dann wollen wir mal sehen, was der GOAT dazu zu sagen hat Ja? Sieh mal einer an Die Wartungsabteilung Ich hoffe, Ihre Mutter freut sich Stanley ganz bestimmt Was? Das ist unmöglich Das erzähle ich, Vater Damit kommen Sie nicht durch Jetzt, nein, jetzt bin ich Was soll ich diesen bescheuerten Test noch für den Rest meines Lebens machen? Na, na, Susi Redet man so über den unfehlbaren GOAT? Ja Sie werden In den Schuldienst treten Ohne Zweifel Wegen Ihrer Kommunikationsgabe Keine Sorge So schlimm ist es nun auch wieder nicht Über was habe ich schon rausgefunden? Dann bis bald, Edwin Ich bin dran Er hätte das gedacht Pip-Boy-Programmierer, was? Stanley hat dann endlich jemand, mit dem er fachsimpeln kann Ich hab gelesen, meine Tränen sind endlich wahr geworden Ja, ja Pip-Boy-Techniker, nicht schlecht Ja, äh, es ist erfrischend, so viel, äh, jugendlichen Enthusiasmus zu sehen Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird Und ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden Oh, scheiße, Sprache, Wissenschaft und Medizin Es war mir eh klar, aber dass es so heftig ist, wusste ich echt nicht Äh, Fatman-Raketenwerfen, Flammwerfen, Minigarn und Gatlin-Laser Was ist die Kleinwaffen? Ja Das auf alle Fälle Also, ich kann es mir selbst aus, so Nur kein Stress, kleine Waffen Ah, bestimmt wie viele Treffepunkte sind mit einem Steampack wieder zurückgewinnen Das ist schon wichtig Dietrich allerdings auch Große Waffen kann warten Nahkampf brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt Andererseits Nahkampfwaffen wäre schon ganz praktisch schon am Anfang mit Munition Ah, Schande Also, Dietrich kommt jetzt mal weg und Oder feilen Nein, wir nehmen Nahkampfwaffen, damit wir auch so irgendwie eine Chance haben Lass mich mal raus hier Ich bin fertig hier Wasser Nein, wieso jetzt? Oh, 19 Sie grüßt schon aufmüpfig Sie mal Genau wie dein Vater Du solltest diese Dinge wissen Wachen Lass mich da sein, um deine Hand zu halten Hallo, Amato Na los, du musst endlich aufwachen Bin schon wach Du musst weg von hier Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir Nach mir Äh Er hat die Wort verlassen Oh Ich weiß nicht wie Aber er ist weg Und mein Vater Er ist ziemlich ausgerastet Kann ich mir vorstellen Ja, das ist gut Aber er ist unpassend Jonas Sie haben ihn umgebracht Die Leute meines Vaters Sie haben ihn mitgenommen und ihn Oh mein Gott Du musst gehen Sofort Jonas? Wieso der? Was hat der jetzt damit? Sie redet zuerst von meinem Vater Dann von mir Und jetzt von Jonas Ey, das ist so krank Ja, mach dir um mich keine Sorgen Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest Ich weiß Jonas war dein Freund Er war mein Waffenhändler Mein Schwarzmarkt Er war Ja, mein Waffenhändler Genau das habe ich gemeint Sehr gut Oh nein, hacken Ja Ich jedenfalls immer rein Ja Ach, noch was Ich habe die Pistole meines Vaters Ja Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst Aber hier ist sie Okay 10mm, passt Immer noch, immer noch Ich werde dich an der Worttür treffen, wenn ich kann Erinnerungen, scheiß drauf Gibt Steam Packs her? Yeah, 10 Steam Nein 10 Steam Packs nicht schlecht Aha Hier ist nix mehr Alles klar Ich höre irgendwelche komischen Viecher Da ist der Bleiben sie sofort stehen Oh, deswegen habe ich Nahkampf verbessert Ja komm, du stirbst auch nicht, gell So Kann ich nicht? Ah, verdammt Oh nein Das wollte ich nicht Damit kann ich hier überhaupt nichts zielen Oh man Oh Gott Sie müssen mir helfen Meine Mutter ist mit den Red Kakerlaken da drin eingeschlossen Wieso sie, du? Das bin ich immer nur mit du angesprochen Ich kann noch nicht noch mal reingehen Es ist so dunkel da drin Auch gibt es da Red Kakerlaken Oh man Nein Es ist nicht die Dunkelheit Es sind die Red Kakerlaken Ich hasse sie Ich wollte noch mal zu ihr Wirklich Aber es ging einfach nicht Du wirst mir helfen Sie wird da drinnen nicht länger durchhalten Kannst du sie nicht schreien hören? Nein, kann ich nicht Nein